Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 12 Sekunden, falls ihr keine weiteren Shop-Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Heute soll glaube ich nichts Spezielles, Besonderes in den Shop reinkommen, aber vielleicht ändert sich das Ganze jetzt. Okay, die Leaker meinten, heute kommt nichts Besonderes rein, beziehungsweise in den Spiele-Dateien hat sich nichts Besonderes verändert, aber anscheinend haben wir einen heftigen Shop. Das ist sehr überraschend. Wieder da? Ist die selten? Die scheint sehr selten zu sein. Was haben wir sonst? Taco? Okay, die ganzen Halo-Sachen noch am Start, Renegade Raider auch noch da, Lebkuchen-Zeug, alles noch am Start. Okay, schauen wir uns den lieben Fish-Skin mal an. Ist wieder ein komplett neuer Skin, sieht gar nicht mal so schlecht aus, für 1,2 kann man das Ganze machen. Passendes Backbling, so eine Art Nussknacker, würde ich jetzt sagen, oder in der Fisch-Variante, finde ich lustig, wackelt auch so ein bisschen rum, für 1,2, perfekter Skin. Dann haben wir hier die passenden Spitzhacken, haben sogar zwei oder drei Stile, oh, endlich. Epic Games sollte das echt mal öfters machen. Einmal doppelhändig, Sound, der Sound geht klar. Was haben wir hier? Ich glaube, der Sound ist anders, oder? Ne, der Sound ist gleich. Aber ich finde, das ist ein cooles Feature für den Preis, wirklich schmackhaft. Schmackhaft. Dann gibt es hier die hier. Ist sie wirklich so selten? Wir schauen mal kurz nach, ob wirklich was Seltenes am Start ist, weil die muss ja selten sein. So, schauen wir kurz nach, wie alt die Dame ist. Und zwar ist die anscheinend hier 344 Tage alt. Aber ich schaue nochmal gescheit nach. Wartet mal, gibt mir eine Sekunde. Und zwar, muss ich mal ganz kurz so schauen. So, und zwar ist die ganz genau, wo ist denn die jetzt? Wieso sehe ich die nicht? Genau, 344 Tage alt. Ansonsten haben wir nichts Selteneres im Shop. Nö, haben wir nicht. Ah, der Taco. Der Taco-Skin war zuletzt vor 251 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Aber die, die ist nice irgendwie. Finde ich cool. Einmal hier so Standard mit der Maske und einmal ohne. Finde ich eigentlich cool. Puzzlechen. Finde ich einen coolen Skin. Gefällt mir sehr gut. Dann gibt es hier noch Many. Ja, auch kein schlechter Skin für 800 V-Bucks. Kann man machen. Jetzt mal wieder ein Copyright Emote. Aber cooles Emote. Was haben wir hier? Weiteres im Copyright Emote. Kann ich nur ganz kurz abspielen lassen. Waren aber vor kurzem sowieso im Shop da gewesen. Hier ein weiterer seltener Skin. Habe ich ja gerade bereits schon erwähnt. Zuletzt vor 251 Tagen. Zuletzt im Shop da gewesen. Ist ein lustiger Skin. Ist lustig. Dann haben wir hier Bachi. Keine Ahnung. Standardstil. Geht so. Aber Zweitstil finde ich Spionage schon ziemlich heftig. Gefällt mir gut. Passendes Backbling. Hat glaube ich keinen Zweitstil. Nee. Dann gibt es hier noch Magische Schwingen. Beste Hängegleiter die es gibt. Wirklich sehr schön. Aber für den Preis lohnt sich das Ganze. Oh Sternstab. Irgendwer hat gestern in meinem Stream gefragt wann kommt Sternstab wieder. Und hier habt ihr den Sternstab. coole Spitzhackle. Oldschool. Auch entspannt. Was gibt es hier noch? Pirouette. Perfekt. Und ansonsten gibt es nichts besonderes mehr. Und dann würde ich sagen. Das war es mit dem kurzen Shop Video.